Ja, Glück auf erstmal und hallo. Erstmal danke für die Glückwünsche, Messert. Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten nicht nur nach dem Hinspiel, sondern auch wenn man sich die Regensburger auch die letzten Spiele angeschaut hat, dass sie wirklich jedem Gegner Paroli bieten. Werder Bremen auch genauso so ein Spiel war, wo beide Seiten hätten gewinnen können. Und wir haben heute gut angefangen, fand ich. Die ersten zehn, 15 Minuten waren wir gut im Spiel, haben... ...